Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute kommt das lang ersehnte Video, nachdem ich wohl mit am meisten gefragt wurde, seitdem ich von den ungesündesten und von den gefährlichsten Übungen gesprochen habe. Und ich glaube, diese Übung in beiden Videos vorkommt. Die Rede ist von Kniebeugen. Einer der größten Klassiker im Bodybuilding, im gesamten Krafttraining. Und nicht nur ein Klassiker, nein, auch wahrscheinlich die Übung, die am meisten mit Stolz behaftet ist. Ja, natürlich falscher Stolz, wie so oft im Bodybuilding. Nicht nur bei der Königsdisziplin Bankdrücken, ganz besonders bei den Kniebeugen, denn es sind ja die Beine. Und dann gehört man wahrhaftig zur Elite, zur Hardcore-Elite, wenn man richtig gut beugen kann. Wer diesen ganzen Schmarrn aber nicht glaubt und den Stolz bei denen lassen möchte, die ihn scheinbar brauchen, der kann mal dahinter schauen, was denn wirklich an dieser Übung dran ist. Und eins kann ich euch sagen, gar nicht so viel. Zum einen, ihr braucht diese Übung nicht. Nicht um Masse aufzubauen, nicht um Kraft zu bekommen, nicht um besser Kraft zu bekommen. All das ist absoluter Blödsinn. Was ich damit nicht sage an all diejenigen da draußen, die jetzt schon in die Tasten hämmern möchten, dass diese Übung nutzlos ist oder nichts bringt. Nein, sie kann so effektiv sein wie jede andere Übung für die Beine auch. Aber das hängt vom Individuum ab. Ich persönlich baue sogar mehr mit Beinstrecken auf als mit Kniebeugen. Und ja, jetzt dürft ihr wieder in die Tasten hämmern und wahrscheinlich sagen, ah, dann machst du das aber nicht richtig. Lasst euch von diesen Menschen nichts erzählen. Ihr braucht diese Übung nicht. Und wozu solltet ihr sie überhaupt noch machen? Zum einen gibt es eine ganze Menge Argumente dagegen, sie zu machen. Eine davon ist, sie ist einfach eine der gefährlichsten Übungen. Weil ihr relativ viel Gewicht benutzt, weil ihr relativ viel Kraft habt in den Beinen und vor allem, wenn ihr fortgeschritten seid, verhältnismäßig viel Kraft dort aufbauen werdet. Und weil es nun mal in einer Lage ist, das heißt wirklich auf eurem Rücken, die ganze Wirbelsäule muss das Ganze stabilisieren und ihr enorme Konzentration braucht und die richtige Technik. Ja, seid doch stolz da draußen, wenn ihr sie beherrscht. Aber die wenigsten beherrschen sie so korrekt. Und manche können sie auch nicht korrekt beherrschen, denn, was man selten bedenkt ist, für manche ist es einfach schwerer als für andere, bis hin zu unmöglich, sie so korrekt zu machen, weil sie von ihrem individuellen Körperbau einfach nicht dafür gemacht sind. Und wenn sie sich schlecht anfühlt, wozu sollte man sie machen? Also kein Risiko aussetzen für akute Verletzungen. Und ja, sie ist auch trotzdem weiterhin eine nicht gesunde Übung. Denn wenn ihr immer weiter fortschreitet und immer mehr Gewicht braucht, weil ihr einfach schon so weit gekommen seid, dann werden eure Knie, eure Gelenke, alles wird mehr aushalten müssen. Irgendwann werdet ihr, ja, ganz natural 150 Kilo auf dem Rücken haben, um damit zwischen 10 und 20 Wiederholungen noch zu machen. Und ja, absolut sauber. Aber eins kann ich euch verraten, dafür ist der menschliche Körper nicht gemacht. Von Natur aus, wer würde denn da so etwas machen? Das passiert einfach nicht. Und das sollte euch ein Indiz dafür geben. Der Verschleiß wird da sein. Aufgepasst! Ich sage nicht, deswegen dürft ihr sie nicht machen oder deswegen ist es dumm, sie zu machen. Wenn es euch gefällt und ihr diese Risiken kennt und ihr das machen wollt, macht es. Ich habe die längste Zeit meines Lebens Basketball gespielt und Basketball ist noch gefährlicher als Kniebeugen. Dagegen ist Kniebeugen richtig harmlos und trotzdem habe ich es gemacht und würde es immer wieder tun. Und jetzt werde ich euch die Alternativen endlich aufzählen. Davon gibt es natürlich eine ganze Menge. Zunächst einmal jede Form von Maschinen. Hier haben wir die Hackenschmidt-Kniebeugen. Ich persönlich mag sie sehr. Die kann man auf mehrere Arten verwenden. Dazu findet ihr schon Videos hier auf dem Kanal. Hier haben wir eine andere Form, wo man auch noch mit einer Maschine Kniebeugen machen kann. Wir haben natürlich eine meiner Lieblingsübungen, das Ganze mit der Pendelmaschine. Und wir haben natürlich jede Form von Beinpresse. Und jetzt kommt es. Es gibt kein Besser und kein Schlechter. Es gibt so viele verschiedene Maschinen und es wird ein jeder, und ihr werdet sie sicherlich auch in den Kommentaren finden, wieder irgendwas zu meckern haben. Beinpresse ist aber dafür viel schlimmer. Ja, aber die Pendelsquad ist dafür viel schlimmer. Ja, aber die Hackenschmidt-Kniebeugen ist dafür viel schlimmer. Das liegt daran, dass wir alle individuell auf Dinge reagieren. Es gibt Leute, die können ihr ganzes Leben lang die Hackenschmidt benutzen und schwören darauf. Bauen noch mehr Masse auf und bleiben gesund. Und andere wiederum machen das mit freien Kniebeugen. Aber all das sind Variationen, die ihr machen könnt. Wenn ihr mich jetzt aber fragt, was ist so die sicherste Variante, dann kommen wir vor allem zu zwei, die ich euch empfehlen kann, um möglichst nah an den Kniebeugen dran zu sein. Das bedeutet, nicht so geführt vorgehen zu müssen, also mit freien Gewichten agieren zu können, aber das Ganze natürlicher und gesünder und vor allem gesünder und natürlicher zu machen. Und wer gut aufgepasst hat auf meinem Kanal, der wird natürlich schon wissen, was kommt. Ich habe hier zwei Kurzhanteln in der Hand, aber das Ganze ist natürlich auch sehr gut mit einer Langhantel, die man auf dem Rücken hat, zu machen. Und die Rede ist von Ausfallschritten. Jetzt gibt es einige Variationen von Ausfallschritten. Aber zunächst einmal, warum sollte das nicht so gefährlich sein wie Kniebeugen? Ja, wir brauchen hierfür auch Konzentration. Jetzt bewegen wir uns sogar vorwärts und dadurch kann es natürlich sein, dass wir noch eher ins Wanken geraten, weil wir nicht auf einer Stelle bleiben. Aber wir haben zum einen deutlich weniger Gewicht, denn das sind fast einbeinige Kniebeugen, je nachdem, wie intensiv ihr das macht. Das Gewicht wird sich also um mehr als die Hälfte reduzieren. Das grundsätzlich ist schon mal gut für unsere Gelenke und Knochen, denn die spüren jedes Kilo, egal ob wir es beherrschen oder nicht. Kilo bleibt Kilo. Der andere Grund ist, dass die Bewegung wesentlich natürlicher ist, denn Schritte machen wir auch im Alltag und wir können auch tiefe Schritte machen. Aber selten gehen wir in die Beuge, benutzen dabei kaum unseren Rücken, der nicht nach vorne abklappt, sondern versuchen den aufrecht zu halten und haben dann auch noch viel Gewicht oben auf den Schultern. Das macht man sonst einfach nicht. Was aber passieren kann, ist, ihr habt was in der Hand und geht tief runter und wieder hoch. Und umso mehr ihr über den vorderen Oberschenkel geht und vielleicht sogar als kleine Eselsbrücke das hintere Bein so entlastet, dass ihr es mit der Zehenspitze nachzieht, umso eher wisst ihr, das sind schon fast einbeinige Kniebeugen und dann werdet ihr das Gewicht stark reduzieren können. Und zwar so stark, dass richtig, richtig massige, krasse, über 100 Kilo schwere Bodybuilding-Athleten das teilweise sogar ganz ohne Zusatzgewicht machen können und ins Schwitzen geraten. Eine super Übung. Jetzt habt ihr sicherlich schon viel von Ausfallschritten gehört und von mehreren Variationen. Es gibt die Variation, dass ihr euch zurückstößt. Das ist sicherlich die schlechteste Variante, weil hier habt ihr genau das Gegenteil. Ihr geht nicht über den vorderen Oberschenkel und da soll es eigentlich hingehen. Viel Belastung ist noch hinten drauf und ihr stoßt euch mehr nach hinten statt nach oben, wo ihr eigentlich hinwollt. Das gleiche könnt ihr jetzt natürlich machen, indem ihr rückwärts geht. Gut, hier einmal hin. Dadurch seid ihr nur vorne drauf und könnt jetzt das hintere nur als Balanceakt benutzen. Damit kommen wir den Bulgarian Splitsquots ziemlich nahe. Aber es sind trotzdem noch Ausfallschritte. Der Ausfall geht nur nach hinten. Die beste Variante ist es aber zu gehen und zwar eine längere Strecke. Einfach nach vorne. So wie Ronny Coleman das sehr gerne auf dem Parkplatz gemacht hat. Und dann habt ihr die beste Ersatzvariante für Kniebeugen. Und eine habe ich jetzt schon erwähnt. Die zweite Variante sind natürlich unsere Bulgarians. Die Variationen, die ich euch nun zeige, sind reine Vorlieben, womit ihr besser zurechtkommt. Denn hier ist es viel Balanceakt. Der Klassiker ist es, ein Bein hinten auf irgendeiner Erhöhung zu haben. Weit genug solltet ihr nach vorne gehen. Und jetzt runter, darauf konzentrieren, dass man nur oben bleibt und nicht mit dem hinteren drücken und helfen. Und hier hoch, richtig schön runter und dann spürt ihr es auch ordentlich. Variationen davon sind die folgenden. Ihr könnt euch für die bessere Balance irgendwo festhalten. Mit der anderen Hand habt ihr die Handtel. Und ihr trainiert nun das Bein gegenüber der Handtel. Das heißt, wenn ihr mit dem linken Arm die Handtel haltet, werdet ihr das rechte Bein trainieren. Denn sonst ist sich das hier einfach zu sehr im Weg. Das hintere Bein wird nur aufgelehnt. Das heißt, mit der Fußspitze berühst du es aber eigentlich mache ich jetzt einbeinige Kniebeugen. Ich gehe nur vorne rüber und wieder hoch. Und hier zieht ihr euch nicht, sondern versucht euch nur zu halten. Auch das hämmert richtig gut rein. Und damit kommen wir zu einer kleinen Ehrenerwähnung. Diese Gym-80-Maschine hier ist eine echte Wonne, weil es einfach mal was völlig anderes ist. Ihr könnt euch auf ein Bein konzentrieren und dadurch euch sogar darauf konzentrieren, ob ihr es mehr aus dem Quadrizeps holt oder aus dem hinteren Teil, aus dem Beinbizeps. Das ist der beste Ersatz für Kniebeugen. Und ich kann euch nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Vor allem aber nicht darauf zu hören, aus reinem Stolz, um dazuzugehören, Kniebeugen zu machen. Ich habe Kniebeugen gerade meine ersten halben Jahre gemacht, habe dann sehr schnell erkannt, dass das einfach nichts für mich ist. Und dass diese Übung auch grundsätzlich einfach keine große Relevanz hat. Bis auf natürlich den Stolz der Bodybuilder. Wer diese Übung natürlich mag, macht sie weiterhin. Lasst euch doch nicht eure Lieblingsübungen nehmen, nur weil ich euch da reinquatsche. Aber das gilt ganz besonders im Gegenteil für diejenigen, die auch, so wie ich, merken, diese Übung bringt es einfach nicht. Und lasst euch dann auch nicht erzählen, dass es nur nichts bringt, weil ihr sie nicht richtig beherrscht. Das sagen sie natürlich dann alle. Wem das Video gefallen hat, der lässt mir jetzt gerne einen Daumen da. Schreibt in die Kommentare, hämmert richtig rein, was euch dazu einfällt. Da kann ein wahrer Krieg jetzt ausbrechen. Und wenn man etwas mehr wissen möchte zu einem Beintraining, das auch ohne Kniebeugen auskommt, findet ihr hier mal eine ganz andere Art des Beintrainings. Direkt weiterschalten, guckt mal, ob das was für euch ist. Und eins verspreche ich euch, ihr werdet einen Mörderpump fühlen. Abonniert den Kanal, verpasst kein Video mehr und schaut mal bei Protein Arena vorbei. Eure Lieblingssupplements und nicht nur von einer Marke. Und das Ganze mit 15 Prozent weniger. Bis bald, euer Gotti.